Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann beweisen, dass diese Schießerei überflüssig war Und ich kann beweisen, dass sie korrupt sind Du kannst nichts so tun, als würdest du hier noch wohnen Du bist ein korrupter Bulle Und damit hast du uns alle mit runtergezogen Was halten Sie von Vorruhestand, Dave? Wenn Sie mich dazu zwingen, dauert es keine Woche Bis ich meine eigene Fernsehsendung habe Sie werden mein erster Gast Sie haben drüber nachgedacht Die Gesetze ändern sich, die Menschen ändern sich Aber du nicht Wieso ist das so? Na los, packen Sie schon mal Ich werde Sie nämlich in den Knast stecken Ich hab ihr alles erzählt Ja, deine ganzen Weiber und der Suff Lass uns endlich in Frieden Ich werde euch nie in Ruhe lassen Kein Mann, der einen anderen Männer schießt Ist in dem Moment wirklich zurechnungsfähig Wurde Ihnen das nach Ihrem ersten Mord klar? Entweder lügst du mich an oder verschweigst mir was Aber irgendwas stimmt hier nicht Nein, das Einzige, was hier nicht stimmt Ist, dass er während seiner Polizeiarbeit Gefilmt wurde Ich werde euch nicht in Ruhe lassen Der